Zwei Typen mit so einer Riesennagel waren die hier. Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Die Supernasen schlagen wieder zu. Ich glaube, bist du endlich fertig hier? Der ewige Kreislauf. Kaum ist das Bier von heute Morgen drin, will das von gestern Abend wieder raus. Oh Herr, schmeiß Hirn vom Himmel. Zwei Nasen tanken super. Ein irrer Film mit den Supernasen, schönen Mädchen, hochkarätigen Diamanten und schrägen Typen, die ihnen alles wieder abnehmen wollen. Wenn es mich erwischt, Mike, dann bekommst du meinen Goldfisch. Und wenn es mich trifft, kannst du meinen Schlafsack haben. Du, ich glaube, es gibt schlechtes Wetter, die Autos fliegen wieder so tief. Haben Sie bemerkt, dass die Schlangenlinien gefahren sind? Wissen Sie, es ist ein Problem mit meinem Beruf. Ich bin Schlangenbeschwörer. Dann zeigen Sie mal die Rennführer, Schön. Es ist kein Problem, die Papiere sind in den Kofferraum bei meinen Schlangen. Zwei Nasen tanken super. Peter, zieh die Stecke raus. Analysieren Sie jedoch den Heilungsprozess. Ja, ich würde sagen, klappt das schon prima, ja? Wie haben Sie denn die Nummer des Klausus bewältigt? Ein Erwachsener, ein Kind. Unverschämt. Reg dich bitte nicht auf, Ottrud. Es handelt sich um eine Notdurf. Komm, Kleine. Da läuten die Glocken. Hast du gehört? Sie kommen nach den Tigern. Salut. Und du, bei welcher Truppe bist du? Ich bin hier nämlich der Truppenbetreuer. Sag mal, kannst du das auch im Nachthemd? Klar. Zwei Nasen tanken super. Aber Sie wollen uns wirklich sagen, dass wir hier gar nicht rein dürfen? Nein. Ja, dann ist es wahrscheinlich besser, wenn wir wieder gehen. Sehen Sie, das haben Sie es davon. Jetzt geht er nämlich wieder. Und zwar ins Kino. In Zwei Nasen tanken super.